ok dann schauen wir mal wieder wieder auskommen ich sehe wie aber ganz ehrlich für das hat wenig zeit außerdem muss ich wirklich noch checken wo ich glaube ich habe was gehört von maroga tunnel da wo ich hin müsste ich fliege einfach vielleicht habe ich heute keine irgendwas soll ich gleich abkürzen wo kommt der maroga tunnel genau sein ist die frage außerdem ist es ja das ist es freut mich das gut eigentlich nicht ist das klettert also klettern und anführungszeichen ich fliege am darf und ja dieser klimmen ja gut hallo den strauß ok sehr gut die schöne ist sie kriegt noch immer mit wo krogs wären falls welche da sind glaube ich nicht aber ja ich weiß nicht aber ich nehme die mit ein krog von dem kleinen non stop don't get it wo sich dieser befindet leuchtsteine das hier kein krog weit und breit außerdem genau die ist wasser dort würde auch ja meine energie wieder herstellen also heiße quellen füllen energie auf vorher stehen und leucht stehen schon wieder ich hoffe dass meine markierung gut ist weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher das kann man sogar nicht normal erkennen man kann es fast laufen schon mal machen aber fast laufen und wirklich ist doch unterschiedlich ok maru guttunnel der muss dann muss die sie mal das durch irgendwo was wurde ist an die quiche verlorene bruder dort sollte maru guter südwestlich des maru gut teichs gegangen sein südwestlich ja das ist ziemlich genau muss einfach blau höhe passt glaube ich auch schon hier muss es gott tiefer jetzt weil so viel gekommen habe und dass er schreien quest ist während sich eine pipsen hin was die muss nach personen suchen ah ja 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 da ist ja ziemlich genau markiert ok das ist der kollege ah muss ich kann sich sogar geändert ok verlorener bruder hey wie geht's ich kann nicht mehr hinter dem fels ist irgendwo das geheimnis des helden ich habe mir vorgenommen es zu finden um zu bewäsen dass ich ein starker korone bin aber jetzt bin ich so hungrig dass ich nicht weiter arbeiten kann ah bladon bruder jetzt verstehe ich dich endlich äh ah du bist wahrscheinlich ja sie ähm sorry ähm du hast nur getan was du tun musstest hehehe passt die stimme überhaupt zu dir hehehe ich habe eine bitte an dich als sein bruder als sein bruder ja hilf ihm bitte bladon äh bä 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 hügel runter schweckstein klippen wo es die besten flussfilets gibt saftiges stück und schaufelstuhl bringt mich um grone fokse greift nummer 1 ich bitte dich das machst du doch oder ja klar äh aber bevor ich irgendwo hinspazige ich sag's was ist markierung ok hier runter soll es felsenfelis geben und da sind gegner was die töte schon mal was das zeig heute war da nicht irgendwo ein gegner ach gott der wird nachher erscheinen hast du gerade das war ein elektropfeil das war ein feuerpfel ja ja okay jetzt stehen es das geh mal her tun Okay, alles tot? Schaut so aus. Damit die Gegner möchte wenig zum Tor haben, wenn wir dann da sind die Mitte Felsenfilisse. Okay, du stößt. Jetzt schon. Ah, das werden 10 GD Felsenfilisse. Sogar Multiple. Da. Schon, oder? Respond. Ja, war so klar. War so klar. Ah, wisst du was? Ich laufe einfach vorbei und hofe aufs Beste. Oh, was was laufen? Ich kann nur gehen. Wie viel von ihr hab's beugen? Hoffentlich nicht zu viele. Ich bin abgerutscht. Wow. Spitz ist eigentlich. Na wirklich. Die würden mich da töten. Im helllichten Tag. Das geht überhaupt nicht. Das ist einer weniger. Zahn mir. Ich geh einfach linke Seite vorbei. Und die ist mir ... ... ... ... ... ... ist ja schon aggressiv. Er hat so ein rotes Leuchten in den Augen. Das gefällt mir nie. Das gefällt mir nie. Danke, Revali. Oh, damit. Er trifft ihn gleich. Oh, nicht einmal. Hab ich noch einen. Oh, shit. Ich schau einfach nicht hin. Und hoff aufs Beste. Ahaha. Hoff aufs Beste. Ah, dammit. Du bleibst tot. Nicht hinschauen. Und hoff aufs Beste. Hoffen noch mehr Gegner. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, wie... What the... ... ... ... ... ... ... ... Das ist schön. Hey, ich bringe Felsenfilet. Ich wirf jetzt direkt in den Topf. Kein Problem. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Ja, dann gucken wir mal. Für mich? Es glüht. Okay. Geröstetes Felsenfilet. Bruder, Essen ist fertig. Guten Appetit. Oh, war ein Gletscher. Sieht ja zum Stirn gut aus. Hau sofort mal rein. Unbeschreiblich göttlich. Also, wenn ja Corona war, würde ich wahrscheinlich das gleiche sagen, aber... Ja... Aus welchem Material bestehenden Fuggeronen die Zähne ist die andere Fronk. Aber, naja... Das raue Knirschen zwischen den Zähnen, das sich durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Für den großen Schlag wie der Todesberg. Ah, Pin-Pap-Sand. Gut, jetzt wird gearbeitet. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Ja, tatsächlich. Eine Heldentat. Weil, ich könnte da rein spazieren. Und... Ah. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, gut, du wirst. Klaro. Ich weiß nicht, was das... Eich bringt. Aber, willkommen, Kiha-Rama-Schrein. Wahrscheinlich ist das Segen, aber... Jo. Ist gut. Okay, die Bretter der Gier. Uh, das klingt gefährlich. Äh, beim Kiha-Rama-Schrein. Okay. Ich hätte mit einem Segen gerechnet. Aber, gut. Okay, das ist alles magnetisch. Aha. What? Oh, wow, wow. Wow, 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 wow. Schau mal kurz weg. Sag ich nicht nah. Aber... why? Wird das noch der Reihe ausgelöst, so... Per Bewegungsmelder oder wie funktioniert das? Wahrscheinlich. What the f... Schaut es aus. Hm, schaut es. Wenn er einen Rodo nimmt. Gott, dass ich gewartet habe. Da ist ein Rubin gerade vorbeigepflitzt. Uh, gefährlich. Wenn er dann genau aufpasst. Rubine! Oh, yes. Hunderter. Oh, gut. Okay, sehr schräg. Die Frage ist, wie kann man auf? Oh, no. Ich habe eine Idee. Aber sie gefällt mir selber nicht. Ja, Rätsel geschafft. Schäumt gut. Ähm. Gott, denk it. Schau, oder? Ja. Das ist leider. Soll ich die Idee aussprechen, oder nicht? Ich bin mir selber nicht sicher. Ich fühle es einfach aus. Und ich lasse euch den Teil denken, was ich mir gerade denke. Du, es ist mir nicht gekommen. Außerdem ist das ein guter Bodyblock, falls noch was kommt. Weil, ich sehe nichts. Und ich kann die Kamera auch nicht umstellen. Weil, ja. 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 Okay. Hoch genug. Nein, so geht es nicht. Ich kann durch dran. Schroder. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Moment. Ich war das nicht der, was das gerade ausgelassen hat. What the fuck? Ich brauche das kleine Ding. Okay. Ihr wisst, was ich vorhabe. Bis gleich. What? Nein. Das geht gar nicht. Okay. Diesmal schier bis definitiv. Das mit aller Kraft. So, dass es gut durchbricht. Während ich ausschübe. Ja. Okay. Das heißt, das Rätsellösung ist definitiv was anderes. Oh. Ich bin ein Trottel. So ist das Rätsellösung. Man fliegt. Ja. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Viel Bombenpfeile. Wahnsinn. Ähm. Ich denke, es ist zu kompliziert. Es ist ein Wahnsinn. Was ist. Geschafft ist geschafft. Okay. Und für die nächsten kleinen Dinge habe ich jetzt was ganz Spezielles. Weil ich habe mir schon was ganz kurz markiert. Das Gelbe da. Äh. Wie man sehen kann. Aber. Äh. Naja. Ich habe auch was zum Ankündigen. Denn. Äh. Im Prinzip glaube ich jetzt. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Alles was ab hier. Wo gerade mein Cursor ist. Bis ganz nach unten. Da oben. Äh. Ja. Das sind alle Schreine, die es gibt. Was ziemlich cool ist. Äh. Und ja. Da habe ich mir die drei noch markiert. Und natürlich auch das Gelbe. Und anscheinend gibt es direkt in Schloss Hürole auch ein Schrein. Habe ich gerade rausgefunden. Aber ja. Das ist mein nächstes Ziel. Ich schaue mal wo. Äh. Höher. Brauche ich mir ein bisschen. Das gefällt mir nicht. Äh. Ja. Ich fliege so weit es geht da um mich. Schaue mal was passiert. Wünscht mir Glück. Ich glaube ich werde es brauchen. Außerdem können wir dann fotografieren auch. Was nice ist. Okay. Dann würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal Richtung dieses äh. Gelben Dings. Ja. Das ist ziemlich weit weg. Ich konnte aber noch extra mehr Höhe schaffen. Einfach. Ja. Weil. Weil ich. Kann. Nehmen. Oh. Ein 20er. Einfach so. Bernstein. Geil. Ich habe gewundert. Warum steht da nehmen. Da ist ja gar nichts. Drei. Ein 20er. Nice. Und ein. Königstrahender. König. Das habe ich schon. Geil. Ja. Ne. Nicht so toll. Den lasse ich da stecken. Okay. Auf zum gelben. Revali. Und los. Na gut. Dann. Fliegen wir mal eine Runde. Einfach dass ich. Einen Haufen Weg mache. Aus dem. Es hat sich gerade so umgehört. Gehört. Als wäre es hier kühl. Überfeuerschwert. Also es wird ziemlich wurscht. Es hätte wahrscheinlich schon irgendwelche Gegenmaßnahmen. Angestellt. In dem Fall. Nein. Okay. Normalerweise habe ich es ziemlich genau markiert. Bin mir aber in dem Fall nicht sicher. Weil. Ja. Ich habe es mir ausgedruckt. Und. Ich habe die ganze Karte auf ein. DIN A4 Ding. Aufgepresst. Sage ich einmal. Da kann man es leider nicht. Pixel genau machen. Aber. Schreien ich in der Nähe. Das reicht mir gut genug. Naja. Einer von denen ist. Von diesen. Komparamens. Nicht mehr. 100 pro drinnen. Ja. Kontrolle ich gleich hinten. Irgendwann muss sie ja drin sein. Obwohl da ist man markiert. Also es ist ja wahrscheinlich da drin. Meistens bin ich nicht zu sehr weit weg. Und. Ja. Volltreffer. Okay. Der Name kann auch so schreien. So. Glutlibelle. Eigentlich mit kein Interesse. Naja. Geh mal. Okay. Und da sind wir auch schon wieder bei einer Kraftprobe. Dieses Mal. Mittel. Okay. Wir haben heute schon leicht gehabt. Jetzt kommt Mittel. Komm heute nochmal schwer. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Aber. Was hat der Speer und Axt. Aha. Und die Schwertzahn. Ist aber nicht korrekt. Ich habe es noch auf der geworfen. Hast du richtig gesehen? Frage ist, was jetzt hier. Was ist. Das. 26. So gut ist es nicht. Besseres Zeig. Echt jetzt. Ja. Wer ist los? 26. Wo ist es? Ah. Erwöger greifen. Dann tu es. Komm her. Oh yes. Früher ist es ausgeliechen. Zuerst vorher ungriffen. Dann vorher auswächen. Cool. Das war heiß. Eigentlich will ich kein Feil schießen. Müssen wir jetzt echt sagen, dass ich verfeilt habe. Und das um 2 cm. 2 cm. Ist es früher. Okay. Ist er ultiform oder ist das drin? Ah, das drin. Wah, gar nicht. Okay. Und diesmal mit mir ein Gefühl. Ja. Einfach gescheit auf. Das ist ultiform. Bye, bye. Okay. Was nehmen wir jetzt mit? Ist die Frage. Die Axt oder die Lanze? Es ist nur Plus, dass die Blüte... Hm. Die Lanze gefällt mir besser. Eingriss heißt bloß. Ja. Das ist gut genug. Okay. Jo. Dann ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Verdammt. Eis. Eis, Leute. Das Ding brauche ich. Ja. Aber ich brauche die Eislanze, weil ich muss ihnen Waffen nachzuholen. Das weiß ich. Okay. Ich wollte noch Fotos machen, gell. Gott dang it. Hilft ja nichts. Das weiß ich. Oh mein könntest. Oh mein Gott. Amen. yll